Die These, eine einfache Nutzung offener Lehr- und Lernmaterialien didaktischer Metadaten sei Dank. Wir haben im vergangenen Jahr eine Kooperation mit dem virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, ORCA NRW und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre durchgeführt zu didaktischen Metadaten. Wir haben festgestellt, dass für viele Lehrende der Aufwand relativ hoch ist, wenn sie prüfen wollen, ob sie konkrete Lernvideos, offene Skripte, Grafiken und ähnliches für ihre eigene Lehre übernehmen wollen, dass es oft zeitaufwendig ist, dass man fünf, zehn oder fünfzehn Materialien durchschauen muss, bis man festgestellt hat, ob sich das Material wirklich für das eigene Seminar, die eigene Übung, ein Flip Classroom oder ähnliches eignet. Und deshalb, so unser Eindruck, ist es ganz entscheidend, dass man eine gute didaktische Verschlagwortung von offenen Lehr-Lernmaterialien hat. Sonst springen manche ab, denen der Aufwand zu hoch ist, sich dort intensiv anzuschauen, welche Unterrichtsmaterialien sich eignen und welche weniger. Wir haben auch den Eindruck, dass es gut wäre, so ein klein bisschen von dieser Vorstellung vergangener Jahre sich abzulösen, dass Schlagworte für offene Lernmaterialien pädagogisch neutral sein müssen, dass also dort keine näheren Angaben zu Lernszenarien beispielsweise hinterlegt werden dürfen. Wir denken, es ist sogar im Gegenteil hilfreich, wenn es so acht didaktischen Beipackzettel oder Regieanweisungen gäbe, um leeren Eindruck davon zu verschaffen, in welchen Unterrichtssettings sich OER bewährt haben und in welchen sie vielleicht noch nicht so gut eingesetzt werden konnten.